Heyo Freunde, willkommen zu einer weiteren Hangar Game. Und heute werde ich mal nicht alleine spielen, und zwar spiele ich mit... Slimeboy! Hallo! Hi! Und es geht los nach dem Intro. Okay, und es geht gleich los. Starting! Ey, du bist hier bei mir in der Nähe, gell? Kann sein. Ich seh dich, ja. Da-da-da-da-da-da-da. Fünf, vier. Hinter dir ist ne Kiste. Hinter dir ist ne Kiste. Ah, du, das hast du dir da. Warte, hier hinter mir sind zwei Kisten, meine ich hier. Ich hab dir aber nicht alles abgenommen. Warte, ich hab da jetzt gar nichts rausgenommen. Hatte ich gehen aber gleich zurück. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist hier alles drin. Na oben ist einer. Da ist da noch in der Kiste was drin. Wir sind hier grad ein Seatown, oder wie's auch heißt, gell? Ja, kann sein. Bei MW3. Hier donnert das auch die ganze Zeit. Ja. Donnerwetter nochmal. Au, au, au! Einfach alles, ne. Na, ich bin schon tot, fuck. Also, ich sollte hier, das da. Also, ich bin jetzt meine Aufnahme, ne? Ja, mach das. Ja, tschüss. Ich bin ja nochmal eben kurz weg. Gut, dann bin ich jetzt kurz alleine, würde ich mal sagen. Und es sieht gar nicht so schlecht aus, eigentlich bei mir. Einfach alles nehmen, fertig. Guck mal, guck mal, guck mal. Ähm. Okay, hier ist irgendwas gerade explodiert. Einfach alles nehmen, so. Oh, da unten ist einer. Ja. Den werde ich jetzt killen mit nem Bogen. Oh, der denkt auch, der kriegt ne Splatter. Ah. Stierb. BTF, was war das denn? Achso, okay, ich hab gewonnen. Okay, das erklärt alles. Jo. Das war's. Ich hab erwischt. Okay, das ist contractors.